Er spielt auch nicht die Rolle, die alle in ihm immer sehen, also die Nagelsmann auch gesehen hat. Er war 2020 beim Champions League Triumph, war er Weltklasse. Seitdem sehe ich das nicht mehr. Es sagen alle immer, Kimmich ist Weltklasse. Ich finde, der hat in den letzten drei Jahren und bei keinem Turnier bisher Weltklasse gespielt. Seine Standards sind die schlechtesten, die ich gesehen habe. Und vergleich bitte mal, wir beide haben immer über die Namen gesprochen. Mittelfeldspieler vom Format eines Lampard, Gerard, ich sage auch Ballack, ich sage De Paul, ich sage Bellingham, mit dem, was Kimmich im Moment spielt.